In der heutigen Podcast-Folge möchte ich gerne eine Frage beantworten, denn also an dieser Stelle auch mal ein ganz herzliches Hallo an alle, die sich im Markenrebell-Podcast in der Facebook-Gruppe einloggen. Ich freue mich immer sehr über jeden, der da kommt und eine Frage hinterlässt. Wir haben natürlich so ein paar Fragen beim Zutritt der Gruppe gestellt. Und die Stefanie fragt, was würdest du mir zur Sichtbarkeit und Unterstützung meiner Marke neben meinem Podcast noch empfehlen? Super coole Frage, die ich gerne beantworte. Wenn auch ihr Fragen habt, dann stellt die gerne in unserer Facebook-Gruppe Markenrebell-Podcast. Ich freue mich sehr, wenn ihr da vorbeischaut und wir uns dort austauschen können. Und nun viel Spaß mit der Beantwortung der Frage von Stefanie. Der Markenrebell-Podcast Spannende Interviews Wertvolle Strategien Und provokante Botschaften für Führungskräfte und Unternehmer Stell dich den Herausforderungen der Digitalisierung und setze als Marke ein Zeichen. Von und mit Markenrebell Norman Glaser So, nach dem rockigen Intro wiederhole ich die Frage einfach nochmal von Stefanie. Was würdest du mir zur Sichtbarkeit und Unterstützung meiner Marke neben meinem Podcast noch empfehlen? Erstmal ein großes Kompliment an dich, Stefanie, dafür, dass du einen Podcast machst. Ich finde das ja mega stark und unterstütze jeden dabei, der hier so einen eigenen Podcast starten möchte, um einfach auch nutzenorientiert zu arbeiten. Das fasziniert mir einfach dieses Thema und deswegen viel Spaß damit. Und wenn du Fragen hast zum Podcast, du weißt, auf markenrebell.de gibt es 30 Minuten kostenloses Coaching. Da kannst du mir gerne deine Fragen stellen und ich beantworte die. So, jetzt aber zu deiner Frage, die du ja hier reingeschrieben hast. Mehr Sichtbarkeit, das ist natürlich, wow, eine Riesenfrage, weil es natürlich auch ein sehr individuelles Thema ist. Also jeder von uns hat ja unterschiedliche Zugänge zu seiner Zielgruppe. Über Social Media, das können ja die unterschiedlichsten Plattformen sein, wie wir wissen, Facebook, LinkedIn, Twitter, was auch immer. Ich empfehle immer, immer wieder, dass die Website der zentrale Anker sein sollte, um die Leute zu euch zu holen und bei euch zu halten. Im Idealfall sogar noch eine Login-Seite zu schalten und in dieser Login-Seite wirklich nochmal einen draufzusetzen und zu sagen, im öffentlichen Bereich der Website bin ich eh schon nutzbringend für meine Zielgruppe, zum Beispiel durch einen Podcast. Aber, also durch die Shownotes des Podcasts, aber im Login-Bereich gibt es dann nochmal einen Add-on. Da gibt es vielleicht eine Podcast-Folge, die nicht veröffentlicht wird. Einfach für die Leute, die sich trauen, hätte ich fast gesagt, die Mitgliedschaft als Mitglied beizutreten in der Website. Ich würde den Login, also den ersten Login, den Eintritt in diesen Memo-Bereich auch auf jeden Fall kostenlos machen. Es geht im Wesentlichen darum, dass ihr die Leute nochmal direkter an euch bindet und nochmal direkter ansprechen könnt. Und auf eine andere Weise auch ansprechen könnt. Und hinter diesem Login empfehle ich dann wirklich ein kleines Portfolio, nicht übertrieben, aber ein kleines Portfolio an Interaktionen bereitzustellen. Ob das Live-Chats sind, ob das Foren sind, ob das in jedweder Art und Weise ein Austausch ist. All das wäre von Vorteil, um einfach den Leuten die Möglichkeit zu geben, sich auch untereinander auszutauschen. Also nicht nur mit euch, sondern auch untereinander in der Community. Also das wäre zum Beispiel eine Geschichte. Das Thema Sichtbarkeit zu erhöhen, ist auch zu kooperieren, immer wieder mit Multiplikatoren zu arbeiten, mit Leuten zu arbeiten, die schon Zielgruppen und oder Auftragsbesitzer sind. Das heißt, sie kommunizieren schon mit eurer Zielgruppe, dann sind sie Zielgruppenbesitzer. Und wenn sie mit der Zielgruppe, die auch für dich interessant ist, natürlich ein Geschäftsverhältnis, ein Auftragsverhältnis haben, dann sind sie Auftragsbesitzer. Und das ist natürlich nochmal viel mehr wert, weil Auftragsbesitzer haben das Vertrauen der Kunden, der Zielgruppe schon. Und das kannst du natürlich nutzen, indem du mit diesen Unternehmen, mit diesen Leuten kooperierst. Und das denke ich auch, ist ein ganz interessanter Hebel. Also dieses Partnern, dieses Kooperieren ist ein ganz interessanter Hebel, weil er nicht oder sehr wenig finanzielle Mittel bindet. Ihr müsst jetzt keine große Werbeaktionen starten, um mit der Zielgruppe sprechen zu können, sondern ihr müsst euch nur kreativ Dinge ausdenken und überlegen, wie ihr an solche Multiplikatoren rankommt, was natürlich viele versuchen werden. Und da herauszustechen aus der Masse und auch wirklich zu sagen, hey, ich kann mit meinem Service, mit meinen Dienstleistern oder mit meinen Produkten deine Wertschöpfungskette erweitern, ergänzen. Ja, hier lohnt sich eine Zusammenarbeit. Also da würde ich auf jeden Fall einiges an Zeit auch investieren, um mir darüber Gedanken zu machen. Wie kann ich mit einem solchen Multiplikatoren wirklich zusammenarbeiten? Wie kann ich ihm oder ihr helfen? Ganz wichtig. Also nur Kontakt aufzunehmen, um zu kooperieren und zu sagen, hey, können wir irgendwas zusammen machen? Das wäre viel, viel zu flach. Ja, also da reagiert keiner drauf. Solche E-Mails bekomme ich auch, darauf reagiere ich gar nicht. Sondern ich möchte auf E-Mails reagieren, wo ich einfach merke, auf der anderen Seite wurden schon ein paar Vorüberlegungen gemacht. Und diese Vorüberlegungen führen dazu, dass ich mir dann auch Gedanken mache und sage, okay, eigentlich ein ganz spannendes Ding, probieren wir das mal. Also ich muss natürlich dann auch diese Win-Win-Situation erkennen können und das von Anfang an und mir das nicht so hart erarbeiten müssen, sondern da müsst ihr einfach schon ein bisschen was in die Waagschale legen. Das heißt, Multiplikatoren sind ein echter Booster, wenn ihr die richtigen auswählt und wenn ihr das auch möglichst effizient macht. Also nicht zu lange an so einem Multiplikatoren, Multiplikator baggern, sondern wirklich ganz konkret werden und sagen, hey, das ist mein Angebot. Wie spannend findest du das? Wollen wir darauf einen Kaffee trinken oder einfach mal telefonieren? So, neben dem Podcast die Sichtbarkeit erhöhen. Ja, wie gesagt, es ist jetzt ein bisschen schwierig, so aus der hohlen Hand da so ein paar Ideen zu produzieren, ohne zu wissen, was so die individuelle Situation ist, also wie kommunizierst du jetzt schon, dann kann natürlich Sichtbarkeit durch Videos natürlich auch ein Riesenhebel sein. Wird ja eh gepusht über die sozialen Netzwerke, also den Podcast einfach parallel zu flankieren, um mit Videos einfach dich mehr zu zeigen. Also deine Personal Brand wirklich sichtbar zu machen, diesen Sympathiefaktor erhöhen und dieses Vertrauen zu schaffen, indem du einfach live gehst, auch mal mit einem Video. Das ist so eine kleine Challenge auch für mich, weil ich Video nicht so sehr mag, aber hier und da mache ich in unserer Markenrebell-Podcast-Gruppe bei Facebook mein Video, wenn ich gerade Spaß habe, dann kann das natürlich auch funktionieren. Was auch ein wichtiger Hebel ist, Thema Sichtbarkeit, gerade über soziale Netzwerke, ist, dass ihr nicht so plump sagt, überall, hey, hier neue Podcast-Folge und so weiter, total spannend, hier ist der Link zu meiner Website, sondern gibt es auch ein Tool, habe ich glaube ich auch schon eine Podcast-Folge zu gemacht, wenn nicht, sagt mir das gerne und ich mache noch eine. Da gibt es ein tolles Tool, Headliner heißt das, damit kann man im Grunde Videos erstellen, wo ich im Grunde ein Bild sehe, dann so eine Audio-Wave, also wo man so sieht, dass da gesprochen wird oder dass da irgendein Sound ist, ein Audio ist und dann kann man aus einem Snippet, aus einer Audiospur, so einen 30-Sekünder zum Beispiel nehmen und schon natives Content-Marketing machen. Also bei Facebook will ich mir ja nicht den ganzen Podcast anhören, ich will den Hinweis haben und will schon in 30 Sekunden hören, ah, könnte das spannend sein. Und wenn ihr das als Video beispielsweise über dieses Tool bereitstellt bei Facebook, dann habt ihr natürlich eher die Chance, dass die Leute sagen, hey, das gucke ich mir an oder das bookmark ich mir vielleicht für später oder hören wir das dann bei Spotify an oder schickt mir den Link per E-Mail oder keine Ahnung, wie man sich organisiert. Auf jeden Fall eher ein Snippet einstellen bei Facebook, Instagram, Twitter und so weiter und dann verlinken und zu sagen, hier ist der Link auf die Website. Aber schon mal was anbieten, das ist zum Beispiel super. Oder was auch funktioniert, bei Instagram einfach Zitate aus euren Podcast-Folgen nehmen und darauf hinweisen, dass die auf eurer Website zu finden sind. Also das kann auch sehr spannend sein. Je nachdem, wie euer Kommunikationsmix aussieht, kann das zu einer Multiplikation führen oder eben nicht. Also das steht jetzt so ein bisschen in den Sternen. Ja, jetzt denke ich noch kurz darüber nach, ob mir noch was einfällt. Fällt mir sicher was ein, wenn wir hier diese Aufnahme beendet haben. Aber wir können ja mal Folgendes machen. Warum kreiere ich hier ständig Content? Ihr seid ja genauso schlau wie ich. Könnt ihr in die Kommentare zu dieser Podcast-Folge einfach mal so ein paar Ideen posten? Würde mich ja selber interessieren. Bin ja auch Podcaster. Wie man Sichtbarkeit und Reichweite erhöhen kann, als jetzt nur den Podcast zu sehen. Vielleicht noch ein Hinweis. Also würde mich total freuen, wenn ihr da unten was reinschreibt. Dann können wir uns da gerne weiter austauschen. Ein Hinweis noch auf eine Podcast-Folge, die ich demnächst vorhabe. Ich stelle euch ein richtig geiles Tool vor zum Thema Online-Marketing. Da geht es auch um Sichtbarkeit und Reichweite erhöhen. Wie ihr das machen könnt. Wie ihr digitale Akquisitionsprozesse abbilden könnt. Das Tool ist wirklich der Hammer. Wir testen das gerade selbst bei uns im Unternehmen. Und ich werde dazu eine spannende Podcast-Folge machen. Kann ich wirklich, wirklich, wirklich jetzt schon empfehlen. So viel kann ich schon sagen. Und bin gespannt, wie ihr das findet. Aber da geht es wirklich um Sichtbarkeit und Wahrnehmung über digitale Online-Marketing-Prozesse. Also das wird nochmal eine ganz spannende Geschichte. So, ich hoffe, ich konnte die Frage beantworten. Und freue mich auf euren Input, eure Kommentare zu dieser Podcast-Folge. Und wünsche euch nur das Beste. Bleibt rebellisch. Bis dann. Ciao. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann.